Das District Steakhouse im Ritz-Carlton in Wien lud zur Geburtstagsfeier. Was geboten wurde, versetzte alle Gäste in uneingeschränktes Entzücken und Staunen. Die Lieferanten und Partner präsentierten und verkosteten direkt in der Küche, die zu diesem Anlass für alle geöffnet wurde, selbst ihre Produkte. Bestes österreichisches Fleisch von lokalen Erzeugern, Dry-Aged Beef, Lammkrone, Kalbsbacken sowie Wiener Schneckenspezialitäten verführten alle anwesenden Genussmenschen. Käsespezialitäten vom Naschmarkt und unterschiedliche Weine und Cocktails wurden zur Verkostung angeboten. Auch der Süßenversuchung, den bekannten Cheesecakes in verschiedenen Variationen, konnten nur die wenigsten widerstehen. Der Lieferanten Die Resten Die R cars Zwe 401 Der